Wie wird man Männerforscher? Der perfekte Geburtsort für einen Männerforscher ist natürlich die DDR, der Sozialismus, die feuchte Männerfantasie von Marx, Engels und Honecker. Mein Vater hatte weniger Glück, er wurde gleich nach der Geburt in ein Kinderheim gesteckt. Die ersten beiden Jahre seines Lebens ohne Mutter und Vater. Dieses Trauma hat er tief in sich vergraben und nie darüber gesprochen. Genau wie meine Mutter nie darüber sprechen konnte, dass ihr Vater ein großer Nazi-Offizier war. Später bin ich auf ein evangelisches Internat gegangen. Der Glaube an den Heiligen Vater und seinen Sohn war hier omnipräsent. Gottesdienste, Bibelkreise, Kirchenchor und weiß der Teufel was. Aber haben wir uns im Religionsunterricht jemals gefragt, warum die tragenden Figuren Adam, Jesus, die Apostel und Gott allesamt Männer sind? Die wohl mächtigste Geschichte aller Zeiten ist eine Männerfantasie. Zur selben Zeit bin ich über meinen Bruder in die Graffiti-Szene hineingerutscht. Und wir haben nicht gesprüht, wir haben gebombt. Mit Dosen, mit Streichfarbe und sogar mit Feuerlöschern. In unserer Fantasie, wir schlichen über verbotenes Gelände und machten Jagd auf Züge und Wände. In unserer Fantasie erobert Graffiti ganz Berlin. Und die Ringbahn fährt mit unseren Buchstaben im Dauerloop durch die Stadt. Das Geschlechterverhältnis in der Graffiti-Szene ist sehr ausgewogen. Alles Männer. Genau wie bei ihren Gegenspielern. Schnarchende Security-Männer, viel zu langsame Graffiti-Sogos und genervte Richter. An der Uni habe ich alte Geschichte studiert. Homer, Herkules, diese Typen. All die unzähligen Männerkriege und Heldensagen der Griechen und Römer. Im Hauptfach Literatur, die Leiden des Jungwärters, Faserland, Infinite Jest. Der Lektürekanon an den Unis wird bis heute von männlichen Autoren bestimmt. Nebenher habe ich im Berghain gearbeitet. Eine Darkroom-Fantasie aus Stahl und Beton. Tausende Männer feiern hier herrliche Sexpartys und verwandeln das alte Heizkraftwerk in eine Tropfsteinhöhle. Also das war mein Leben. Wie ihr seht, bin ich von Kopf bis Fuß auf Männer eingestellt. Und jetzt ratet mal, was die mit Abstand unbeliebtesten Themen sind, über die Männer sprechen wollen. Männliche Privilegien und Gefühle. Natürlich kann ich über Gefühle sprechen. Ich fühle mich gut, alles super. Und du so? Das Dumme an Privilegien ist, dass sie für den, der sie hat, ganz und gar unsichtbar sind. Ich habe fast 30 Jahre gebraucht, bis mir klar geworden ist, dass Männlichkeit unter Männern ein absolutes Tabuthema darstellt. Und wenn die Männer nicht über Männlichkeit sprechen, spricht auch die Gesellschaft nicht darüber. Würden wir aber damit beginnen, unsere Privilegien kritisch zu hinterfragen, könnten wir die Gleichberechtigung von Frauen enorm beschleunigen. Wir könnten Väter sein, die sich nicht nur finanziell an der Erziehung ihrer Kinder beteiligen, sondern auch emotional präsent sind. Je mehr wir begreifen, dass ein positives Männerbild nichts mit Leistung, Härte und Krieg zu tun hat, umso schneller können wir uns, sondern mit Empathie, Liebe und Verantwortung, umso schneller können wir uns dem leidigen Kampfmodus verweigern. Und genau deshalb habe ich vor zwei Jahren das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Um zum Beispiel über die bizarren Männerfantasien von Start-up-Techies aufzuklären. Männer auf dem Mars, künstliche Intelligenz, Roboterfrauen oder ja, Gän, selbstfahrende Autos. Wenn ich noch einmal die Worte Zukunft, Vision oder Welt retten höre, falle ich auf der Stelle in Tiefschlaf. Dieses Jahr haben wir natürlich alle damit zu kämpfen, die Namen Trump, Putin und Erdogan wieder aus unserem Kopf zu kriegen. Das Aufbauen in traditioneller Männlichkeiten nervt gewaltig. Aber zurück nach Karlsruhe. Der Männerforscher Klaus Teweleit hat hier viele Jahre gelehrt. Sein bekanntestes Werk sind die Männerfantasien aus den 70ern. Weltberühmt seine These vom faschistischen Körperpanzer der Nazis. Mein Forschungsgebiet sind die Männerfantasien von heute. Teweleits Körperpanzer kommt dieser Tage zum Beispiel als Man of Steel daher, der aktuelle Superman. Oder als Exoskelett wie bei Iron Man. Die größte Produktionsmaschine für Männerfantasien ist natürlich die Filmindustrie. Und ich spreche nicht von der deutschen Filmindustrie, sondern von der amerikanischen, von den großen Studios in Hollywood, von den Big Six. Das Problem sticht sofort ins Auge. Nur sieben Prozent aller Regisseure von Disney über Universal bis Paramount sind Frauen. Sieben Prozent. Tendenz fallend. Bei Netflix, HBO und Amazon sind die Zahlen ähnlich. Sprich, fast alle Filme und Serien aus den Vereinigten Staaten sind männliche Produktionen. Von Herr der Ringe über Star Wars bis Game of Thrones. Die großen Geschichten, die uns am meisten prägen, sind erst reine Männerfantasien. Und eines weiß ich als Männerforscher ganz sicher, unterschätzt niemals die Macht einer Männerfantasie. Die erfolgreichsten Filme und Serien dieses Jahr kommen aus dem Action- und Adventure-Genre. Sie nehmen mehr als drei Viertel des Marktes ein. Alles in allem kommen wir auf knapp zwei Milliarden Zuschauer. Also fast jeder Vierte auf diesem Planeten. Nicht zu vergessen der Body Count, also die Anzahl getöteter Körper. In das Erwachen der Macht, dem letzten Star Wars, zerstört ein sogenannter Starkiller gleichzeitig vier Planeten mit tausenden Milliarden Menschen. Wenn eure Kids also mit dem Todesstern Ball spielen, dann ist das nicht einfach nur ein Ball, nein. Es ist doch eine Massenvernichtungswaffe. Ein Volksausrotter. Ein Genozidgeschoss. Die modernen Männerfantasien von Zerstörung und Gewalt dominiere nicht nur die Filmindustrie, sondern auch die enorm wachsende Gaming-Branche. Auf der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles liefen über 80 Prozent aller neuen Titel im Combat-Modus. Kampf und Krieg sind der Treibstoff für die gesamte Spieleindustrie. Tag für Tag werden wir also von äußerst wirkmächtigen Männerfantasien überrollt. Und weil Zukunft immer nur eine Projektion von Gegenwart ist, wird auch unsere Zukunft nach einem männlichen Drehbuch inszeniert. Nichts prägt unsere Vorstellung von Zukunft stärker als Star Wars, Guardians of the Galaxy oder Westworld. Mit meiner kurzen Geschichte der Zukunft, die wir bereits hinter uns haben, will ich euch zeigen, dass uns noch weitere 2000 Jahre mit den immer gleichen Männermythen bevorstehen, wenn wir jetzt nichts dagegen unternehmen. Aber woran erkennt man überhaupt eine Männerfantasie? Was genau sind das für Geschichten, die hier erzählt werden? Die bekannteste ist natürlich die vom Sohn, der seinen Vater sucht. Luke Skywalker hat ihn schon gefunden. Jack Sparrow ist noch immer auf der Suche nach ihm. Und Tony Stark spielt jetzt den Ersatz-Daddy für Peter Parker. Soviel zum Leidensweg von Söhnen und ihren abwesenden Vätern. Die Erzeuger haben einfach keine Lust auf Erziehung. Es scheint, als würden sie lieber Todessterne bauen und das Universum zerstören. Darth Vader kommt übrigens von Dark, Death und Invader. Bedeutet also finsterer, toter Eindringling. Die zweite große Erzählung lautet, die Familie rächen oder die Welt retten. Gern beides auf einmal. Dafür werden die immer gleichen Szenarien heraufbeschworen. Familien werden ausgelöscht. Die Welt geht unter. Zum Glück bin ich eine Kampfmaschine. Wolverine kommt in seinem langen Leben auf über 100 Kills. John Wick schafft es locker in nur 90 Minuten. Und Game of Thrones liegt nach sieben Staffeln bei sage und schreibe 174.000 Toten. Soviel zu den beiden Dauerbrennern hypermaskuliner Fantasielosigkeit. Ich möchte noch kurz auf ein drittes und recht junges Thema von Männerfantasien zu sprechen kommen. Die Emanzipation der Frau. Sprich, wenn schon Emanzipation der Frau, dann nach männlichem Drehbuch. Nehmen wir Wonder Woman, wurde zwar groß gefeiert, ist und bleibt aber die Fetischfantasie eines Typen, der seine Frau erpresst und hintergangen hat. Oder Dolores in Westworld, eine Cowboy-Fantasie von Michael Crichton, in der Männer dafür bezahlen, lebensechte Roboterfrauen wie Dolores zu vergewaltigen und zu töten. Das perfide dieser Männerfantasie, damit die naive Dolores überhaupt jemals so etwas wie ein Bewusstsein entwickeln kann, muss ihr Körper wieder und wieder missbraucht und getötet werden. 30 Jahre lang, nahezu täglich. Also viele tausend Mal. Das ist barbarisch. Ob Rey, Jyn Erso oder Myra Killian, von Daenerys Targaryen bis Claire Underwood, man gewinnt so langsam den Eindruck, als sei die Frauenbewegung jetzt Männersache. Wir müssen diesen Irrsinn stoppen. Ich habe vier Vorschläge. Zuallererst, das massenhafte Morden auf der Leinwand muss aufhören. Die Menschheit hat mehr zu erzählen. Zweitens, solange wir unseren Kids nur Eistrinzessinnen und Sternenkrieger zeigen, werden sie weiterhin Prinzessinnen und Krieger sein wollen. Jungs dürfen auch weinen und Mädchen können kämpfen. Klingt selbstverständlich, ist aber noch lange nicht Realität. Vorschlag Nummer drei. Die Filmindustrie sollte endlich für Gleichberechtigung sorgen. Nicht nur bei den Schreibern, sondern auch in den Drehbüchern. Die Erfahrung zeigt, dass Selbstverpflichtungen der Wirtschaft ins Leere laufen. Eine Fifty-Fifty-Quote aber wäre ein Segen für jedes Drehbuch. Nicht nur in Bezug auf den Frauenanteil, sondern auch für die Vielfalt von Kulturen und Ethnien. Und viertens, wir brauchen ein positives, selbstkritisches und feministisches Männerbild. So kriegen wir neue Fantasien. In Star Wars hat es bald 30 Jahre gebraucht, bis die Prinzessin in den Kampf ziehen darf. Und wird Rey jetzt der neue Darth Vader? Klar, warum nicht? Aber wird das Drehbuch von Star Wars bald von einer Frau geschrieben werden? Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Maeve Milley, die Barfrau in Westworld, hat es recht treffend so formuliert. Zuerst dachte ich, ihr und die anderen seid Götter. Dann habe ich gemerkt, ihr seid nur Männer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.